Nach Niederösterreich. Mit einer neuen regionalen Kräuterlimonade will der Mautener Getränkeerzeuger Horst Neger GmbH den Markt in Niederösterreich erobern. Schmecks, so der Name der Kräuterlimonade, soll vor allem als Produkt aus der Region für die Region punkten. Erfunden worden ist das Getränk eigentlich aus einer Not heraus, berichtet Ursula Köhler. Es war ein Herberschlag für rund ein Dutzend Getränkeabfüller in ganz Österreich, als voriges Jahr ein renommiertes österreichisches Limonadenunternehmen bekannt gibt. Künftig mit einem weltweiten Hersteller von Softdrinks zu kooperieren. Für die bisherigen Abfüller der Kräuterlimonade bedeutete das völlig überraschend die Kündigung einer immerhin 57 Jahre währenden Partnerschaft. Nach einer kurzen Schrecksekunde hat man sich jetzt entschlossen, auf eigene Faust weiterzumachen, so Getränkeerzeuger Horst Neger. Gemeinsam mit Partnern in Oberösterreich und dem Burgenland wird seit kurzem Schmecks abgefüllt. Ebenfalls eine Kräuterlimonade, aber mit starkem regionalen Bezug. Das Kracherl wird derzeit zwar nur in der Gastronomie und über den Getränkehandel vertrieben, aber so Horst Neger, man habe schon einmal mitgeholfen, eine heute bekannte Marke von der ersten Stunde an aufzubauen. Jetzt will der Wachauer Getränkeabfüller genau das noch einmal versuchen. Untertitelung des ZDF, 2020